Er hat über sein Leben und seinen Tod entschieden. 1993 erfuhr Mario Vestrate, dass er an Multiple Sklerose erkrankt war. Ihm war klar, sein Leben würde qualvoll und langsam enden, seine Abhängigkeit von anderen immer stärker werden. Meine persönliche Grenze wird erreicht sein, wenn ich durch meine Gesundheitsprobleme kein Sozialleben mehr haben kann. Dann ist für mich Schluss mit lustig. Er wollte sein Leben unter Sterbehilfe beenden und hat sich dafür eingesetzt, dass das auch legal wird. 2002 ging sein Wunsch in Erfüllung. Noch im selben Jahr ließ sich Mario Vestrate töten. Als erster legaler Euthanasiefall in Belgien. Das ist zehn Jahre her. Vestrates Arzt, Marco Sens, ist nach wie vor überzeugt, das Sterbehilfegesetz ist eine gute Sache. Die Menschen sind viel mündiger geworden. Sie können jetzt klarer und leichter äußern, was sie wirklich wollen. Das Gesetz hat dafür gesorgt, dass die Patienten nun viel öfter sagen, wie lange sie noch behandelt werden wollen und eben auch, wie sie sterben wollen. Mehr als tausend Menschen gingen in Belgien vergangenes Jahr unter Sterbehilfe in den Tod. Ihre Zahl stieg stetig. Und immer wieder tauchten neue ethische Fragen auf. Die Jan war nach einem Schlaganfall schwerbehindert. Sie beschloss nicht nur, sich töten zu lassen, sie wollte auch ihre Organe spenden. Eine Weltpremiere, die erst Jahre nach ihrem Tod bekannt wurde. Wohl auch, weil Euthanasie und Organspende ein Tabuthema war. Das ist kein Leben. Das ist die Hölle. Ich will meinen Körper loswerden. Wie reagierte deine Familie darauf, dass du die Organe spenden willst? Die finden es gut. Absolut kein Problem damit. Die finden das nicht schwierig, dass kurz nach deinem Tod Organe aus deinem Körper entnommen werden? Nein. Die wissen, dass ich das will. Die sollen ja nicht versuchen, mir zu widersprechen. Ihr Hausarzt wollte die Jan überreden, am Leben zu bleiben. Aber schließlich konnte die Jan ihn überzeugen. Sie fand das gut, fand die Idee schön, die Organe zu spenden. Mit dem Hintergedanken, dann hat mein wertloses Leben und die Art und Weise, wie ich es beende, doch noch einen Sinn. Die Jan, ein Einzelschicksal, das die gesamte Diskussion verändert hat. Plötzlich ging es darum, wird die Möglichkeit der Organspende zu einem Anreiz für Schwerkranke, sich töten zu lassen. Und angesichts langer Wartelisten für Spenderorgane, befürchten nun viele, dass die Patienten unter Druck gesetzt werden. Alle, die heute behaupten, das Sterbehilfegesetz werde perfekt angewendet, es gäbe keine Abweichungen, liegen falsch. Denn der Euthanasie-Kontrollausschuss sagt selbst, dass er auf korrekte Aussagen der Ärzte über ihre Sterbehilfefälle angewiesen ist. Der Ausschuss hat also keinen Überblick über das, was illegal geschieht. Es gibt also ungesetzliche Sterbehilfe. Davon bin ich überzeugt, das hört man ja von allen Seiten. Die Jan stand nicht unter Druck. Der Wunsch zur Spende kam von ihr, kein Arzt hat sie gedrängt, doch die Gefahr besteht. Schon jetzt schwärmen Transplantationsärzte von der guten Qualität der Organe von Euthanasie-Patienten. Das ist immer schade, wenn man gute Organe nicht nutzen kann. Aber es ist auch klar, dass da auch eine große Gefahr lauert. Und zwar, wenn man anfängt, Patienten davon zu überzeugen, ihre Organe wegzugeben. Das ist dann wie in einem schlechten Film, wo Menschen für ihre Organe ermordet werden. Seit Mario Vestrate haben sich fast 5000 Menschen töten lassen. Nur ein Bruchteil von ihnen entschied sich auch für eine Organspende. Die Jan konnte fünf Kindern zu einem besseren Leben verhelfen.